alle leute grüßt euch moneymaker hier ja war die letzten tage nicht so aktiv nichtsdestotrotz werde ich jetzt ein video für euch machen die geräte laden gerade hatte mich in den letzten tagen ein bisschen mit online-spielotheken befasst hatte da mal ein bisschen rum geguckt und auch mal das ein oder andere online casino ausprobiert und ihr habt ihr unterschiedliche erfahrungen gemacht bei einem hatte ich 100 euro eingezahlt und hatte dann noch den bonus bekommen von 100 prozent hatte dann quasi mit 200 euro gespielt hatte mich da hochgerappelt bis 800 ging dann wieder runter bis 600 ja jetzt stehe ich bei 17 so ja wie gesagt habt ihr mal ein paar spielchen ausprobiert und ja keine ahnung wenn er gerade so meine erfahrungen am sammeln und wird mich damit mal in den nächsten tagen auch ein bisschen mehr befassen und ja mal schauen keine ahnung ich kann euch gerne mal zeigen wo ich da jetzt angefangen habe ich will jetzt kein irgendwie reinbringen und sagen spiel jetzt da oder zockt da das läuft besser oder wie auch immer nur keine ahnung nicht dass ihr denkt dass ich euch dann käse erzähle oder sonst irgendwas könnt ihr ja selber mal schauen falls sie da bock drauf haben wenn kein bock hat muss ja nicht spielen ich sagte einfach nur mal so ich hatte zwar vorher gesagt online mäßig habe ich nichts mit zu tun und sonst was aber ich habe mich jetzt mal in den letzten tagen ein bisschen damit befasst wie gesagt und ja könnt ihr ja dann mal reinschauen wenn ihr da bock drauf habt so jetzt genug gelabert ich lasse die geräte jetzt laden und ja dann geht es gleich los leute hier hier ich habe einen ich habe einen hier 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 Oh, oh, oh. Vielen Dank. 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 Ja, Leute sieht man auch aus, wie immer, standesgemäß. Ich will noch ein paar Grüße abgeben. Ich bin ein Casino-Killer. Voll langweilig. Voll langweilig, Mann. Jetzt neuner. Jetzt neuner. So, Leute. So, Leute. So, Leute, ich laden mal. So, Leute. Jetzt gleich weiter. Jetzt gleich weiter. So, also,